Hier sind... Pilze. Okay, nice. Boah, ich hab grad gedacht, da steht ein Creeper. Aber Zombie! Zombie! Dumme Hure! Oh, was hab ich von dem ge... Ah, das ist Shard of Minium. Welche Höhe bin ich denn jetzt eigentlich? 18, zu hoch. Gut, dann nehmen wir mal alles mit, was hier noch rumfährt. Dann gehen wir wieder ein bisschen tiefer. Ein paar Diamanten werden schon geil. So... Bei der Crowe kommt's glaub auch drauf an, mit was du die eben... antreibst, ob die schnell oder langsam ist. Mhm. Ich bin tatsächlich von voll. Jetzt guck ich mal ein bisschen rum, Alter. Ja, du... Alwin... Jawohl, ein 64er Stack, ähm, Eisen. Das ist doch nice. Oh, oh. Ich hab ihn gehört. Die Hure. Die... Sneaken sich immer so ran. Ja, man. Sneaky Bitch. What? Ah. Ich bring auch, äh, Redstone mit. Ja. Jetzt weiß ich, wofür du den... Kohle stoppeltest. Für was? Äh, Dings... Ähm... Solarpanels. Genau, 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 genau. Ja, okay, okay. Ja. Oh, hier ist grad so ein Mega-Zombie mit so einer Mega-Rüstung. Mega? Äh, mit so einer, äh, goldenen. Boah, Alter. Ah, jetzt. Ich hab grad sagen, wie viel der aushält. Total. So, noch ein bisschen Kohle. Ah, für den Verzauberungstisch bauen wir ja dann auch noch. Mhm, ja. Ein bisschen Zeug. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. So, jetzt bin ich auf Höhe zwölf wieder. Boah, ich hab fast meine Eisenspitzhagen in, 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 blauer Gäste. So, jetzt fahr'n schnell bringen. Ich bin aus, dass ich auf Kuh komme. Du mir... Okay, meine ich Erfahrung? Ne, man bekommt keine Erfahrung, wenn man... Ding killt hier. Wie heißen die denn? Die Fledermäuse. Ach, mach schon. Oh, oh, da ist ein Enderman. Dann geh ich da aber lieber nicht hin. Dann bauen wir uns hier... Ah, jetzt bin ich schon viel zu hoch. Dann baue ich mich hier mal wieder runter. Ah, hier bauen wir schon. Ach, davon kommen wir ja. So, und bauen wir jetzt... einen Gang. Ich brauche dir, ich brauche dir. Die jetzt, die jetzt, die jetzt... Die jetzt, die jetzt, die jetzt! Wuh, die jetzt. Der Bobbelkart ist mir heute gnädig. Wow, und wie viele ist es? Wieder vier Stück. Lava! Boah, alter. Die stehen direkt... Alter, die stehen direkt unter einem Lavasee. Hm, okay. Oh, oh, hey, creepy. Oh! Du Bitch! Ah, ist doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hab. Es ist doch scheiße, aber nicht so scheiße wie, dass wir das nicht beheben können. Okay, das war knapp. Wir haben fast jetzt alles in die Luft geflogen gerade. Das bin ich natürlich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Oh, Creeper. Jahrelang, oh. So, zack, zack. BAM, hab ich ihm voll gegeben. 14, Dias. Das heißt, 20 haben wir jetzt. Nice. Geh mal auf den Vulkan da. Ja. Oh, ja. Ich bin auch ein Vogel, ich sag ja, hättest ja immer mitnehmen können. Wir haben direkt einen Vulkan nebendrum. Ja. Ja. Aber das ist bloß einer. Also, krieg ich bloß ein Ding raus. Pff, wir wissen nicht, was da noch drin ist, oder? Ja, das stimmt, ja. Ach, das stimmt, ja. Das stimmt. Was da drin ist, das? Aber ich vermute. Na, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich höre Wasser, Junge. Wim, 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 wim. Zack, 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 zack zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. discomfort. Namens. Oh, ja. Und das sind... Boah, alles wie fies sind. wie viele das sind ja das sind einfach mal acht stück sieg jungen 22 die erst habe ich jetzt aber spinnys Auch nicht so interessant, deswegen gehen wir gleich weiter. Ein Lava Fabricator. Da hinten sieht es noch. Okay, aber da können wir uns runter bauen. Ja, da bauen wir uns gleich wieder runter. Okay, nice. Da haben wir eine Lava-Zelle, Matze. Hammer geil. Und wir kriegen 30.000 aus dem Geothermal-Generator rein. Mit dem Ding. Nice. Oder wir kriegen... Ein MJ, was auch immer. Ein Megatool. Was? Megatool? Alter. Was denn, da ist ja eigentlich nichts Rassistisches dran, oder? Ne, eigentlich nicht. Gut. Gut, geht's gut. Dann hätten wir das ja geklappt. Gut, geht's gut. Naja, nicht mehr. Ach stimmt, da ist ja gestorben. Ja, schon vor Ewigkeiten. Ja, stimmt ja. Der ist ja auch voll jung gestorben, ne? Ja. Voll krass für die Leute. Aber wenn am Nordpolor so ein Ding stirbt, dann ist der nicht scheißegal. Ja, Mann. Ähm.